Willkommen zurück zum nächsten Schnelleinsatz starten von Let's Play Need for Speed Rivals. Gucken wir mal. 9,6... Ok. Was ist denn das für ein Lied? Schnell weg. Rums. Rums. Nochmal Rums. Nochmal Rums. Zwei Sekunden. Einmal kurz schleifen. Oh, wird echt übertrieben, Leute. Closed. Ja, ich glaub, das können wir gleich nochmal machen. Ich fahr ja hier innerhalb von 3 km pro Minute Strafzeit zusammen. Oh. Ja, ich hab' nach oben drauf. Ah, ja, ich hab' mich nicht. Ah, nee, ich hab' dich! Ah, nee, ich hab' dich! Oh, mag ich einfach blöder. Ich hab' dich! I don't know what's back now. Let's hit the floor. For me, is this the deal? Yes, 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 yes. And make a motion. I lift something. Call me an ocean. Ich denke, uh... Ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Das war knapp Ah, shit Wurde bestätigt So, da gucken wir mal Gucken wir hier noch einen schnelleinsatz in der Nähe Ja, Druck ausüben Man kann es mal raten Das ist ein Dreier Was haben wir hier? Ein Zweier Auch dicht dran Nehmen wir den Das kommt ja auch dicht da dran Wenn ich das richtig sehe Was haben wir hier? Nein Das ist der schneller Einsatz hier? Ja. Also wie wird dieses schreckliche Lied? Gary Neumann, I am Dust. Ich mag Gary Neumann. Ursprünglich wollte der mal eine Rockband gründen. Und dann hat er Synthies entdeckt. Dann sagte er sich, das ist ja viel cooler. 2-3, wir sind in deinem Dienstwagen hilfreich hier. Verstanden, 2-3-Genehmig. Wir haben alle Einheiten in der Nähe. 2-3-Genehmig. 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 3-3-Genehmig. Echt übertreiben! Wie führe ich denn jetzt schon wieder? Noch mal drei Sekunden Noch mal drei! Das ist doch Willkür! So, zack! So, erstmal fahren wir durch ne Tanke Wo ist denn hier einer? Da ist einer Ja, danke! Und... There I'm going off! Hui! Flatsch und renn ins Wasser! Clock! Wattwattwattin! So! Haben wir hier ein Hot Pursuit in der Nähe Was wir gleich nutzen können Ja, hier! Bis zum bitteren Ende Weil wir müssen noch mal ordentlich Racer treffen und verhaften Das war's eigentlich auch schon Ohhhh! Offizverbenöten Verstärkung der Heizbietwetter Alle Einheiten eingreifen! Weitere Verdächtigen sind in der KZV auf KZ3! Ohhhh! Alle Einheiten! Ohhhh! Alle Einheiten! Ohhhh! Ohhhh! Ups! Schon vorbeigefahren! Wo sind das hier? Ja, ja! Ohhhh! Mist! Ohhhh! Jetzt weiß mal wie das ist! Okay, wo fahre ich jetzt lang? Ich hoffe noch, irgendwie parallel zu denen. Ja. Hm, dämlicher Sack. Kann ich auch. Verlägtiger in Deck sind wieder hinter ihm. Anhalte, Eingang zum Wunsch von der Chippengruppe in 4 Minuten. . Punches. And there he goes off. und da war grad ne tanke ok, das wird nix warte mal, doch einer ist verhaftet nee sie war da wo eine tanke so wollen wir denn hier noch ein hot pursuit ist ein bitteren ende das war das gerade eben und morgen der flut keine gefangenen nächster kommandoposten machen wir mal so um suchen wir mal darüber eins bei der erlegenheit gleich mal unseren fortschritt speichern obwohl wir das hörer weg schmiert oder widersüchtliche fortschritte wechseln wäre nicht das erste mal ich stelle gerade fest ich muss ja nur noch ein paar racer verhaften das ist ja schön weg mich wenn es vorbei ist also der ladebildschirm hier was das ist auch jetzt ernsthaft da dauert denn da so lange danke und ich saß noch so orkal 11 hat hier irgendwelche probleme ich möchte trotzdem in die kommando posten jetzt fangen wir wieder von vorne an doch nicht ganz hey wo sind meine punkte hin schweinerei oder habt ihr mir schon gut geschrieben ohne dass die animation kam na gut so ich hätte gerne ein hot pursuit und wenn es geht irgendeins was nicht so knifflig ist so das waren drei sterne das waren auch drei sterne 3 2 weil ich muss ja welche verhaften es geht ja nicht darum dass ich noch welche treffe sondern ich muss ja welche verhaften dann muss ich auch eine chance haben hinterher zu kommen draußen schleift sich einer eins der schrubbt sich quasi ein ha 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 weil er mit sandpapier unterwegs ist die ging mal volle karte daneben ich wurde von schockwelle getroffen das ist aber nicht schön wer macht denn hier sowas da kommt noch mal kurz die treppen zack genau und an ihn wieso werde ich denn von der schockwelle getroffen wenn ich einen mit dem emp hier bei wer 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 schießt denn hier da wird es auch keiner ein 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 1 2 1 1 Okay, verständlich? Wo sind die anderen? Verdächtiger wurde festgenommen. Kommt weiter, Verdächtiger! Ohne Gefallen! Kettroth! Carina! Weiter, bis noch hinter Ihnen! Achtung, weiter! Wäre mal schön, wenn ich wegen dieses einen hier erwische. Ha! Erwischt! So, jetzt müssten ja eigentlich die anderen der URI mal kommen. Hehehe! Nummer 2! Ah, Mist! Der ist jetzt wieder voll im Balken, oder? Der neben mich! So, hier war eine Tanker, habe ich gesehen. Ähm... Toll! Es hat sich wieder alles aufgehangen. Äh... 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 Na gut, dann müssen wir eben im nächsten Video nochmal anfangen. Ich bedanke mich! Großartiges Spiel! Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen! Und dann machen wir am nächsten Video den Scheiß nochmal! Also, bis gleich! Bis zum nächsten Mal.